Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Cheeky Boink und wir spielen wieder eine Runde Soma. Mir ist aufgefallen, das Ganze sieht doch etwas verwaschen aus, oder? Und ich bin mal in die Option gegangen und habe die Farbtrennung deaktiviert. Und siehe da, das sieht doch viel schärfer aus, oder? Richtig scharf. Und ich lasse das mal für diese Episode deaktiviert und mal schauen, wie das so wirkt. Aber es sieht doch irgendwie besser aus, oder? Na gut. Ja, wir müssen nach Omikron und haben hier am Schaltkasten rumgespielt in der letzten Folge. Und jetzt schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Ich frage mich auch, warum ich hier noch diese Atemgeräusche habe, obwohl ich doch nicht mehr unter Wasser bin, oder? Sehr merkwürdig. Ach, wer bist du denn? Was haben wir hier? Achso, das hatten wir schon in der letzten Episode, ne? Any idea who this is? Not really. Not that familiar with the people at Omikron. Kein Problem. Was haben wir hier noch? Blackbox-Status. System-Updates. Bereichskalibrator für ACR. Benutzer Gulasky. Hier war Wolszczek. Diagnose-Wertzeug für Post-Impact-Notfallplan. Anmerkung für Wiederinbetriebnahme des Krans benötigtes Wert Zeugs. Jetzt liegt alles an Ellen. Unnötiges Sicherheits-Update für die paranoiden Laborratten. Tote Leute beißen nicht. Oh, ja. Schön, schön. Äh, oder auch nicht? Funk-Pufferspeicher. Audio-Player. 16.01.2104. Weber, haben wir noch keine Schmerzen? Diese Tinnitus wird kript. Sorry, wir haben nur schweres Sachen, Morphine-Level-Drugs. Ich nehme es. Es fühlt sich, dass mein Kopf um explodiert wird. Kannst du, das ist für emergenzies. Außerdem, Cameron denkt der Ringing wird das Settbewerben, wenn J.R. erreicht 100 Prozent. Dann sag ihm zu hurry, die fuck-up. Es solltet sich ein paar Stunden. Just hang in da. Keep me posted. Ja, well, um, ich habe dieses Ding, ich muss es sichern. So, ich werde mit Ihnen später reden, okay? Sure thing, Herb. Er muss sich überladen, das Blackbox. Humans haben Blackboxes? Hier wir tun. Company Policy. Menschen haben Blackboxes, okay? Und ich wusste gar nicht, dass man Tinnitus mit Schmerzmitteln behandeln kann. Denn ich habe auch einen und das geht mit Medikamenten irgendwie nicht weg. Na gut. Omikron, Status unter Quarantäne. Können wir den Status ändern? Oh, wir brauchen einen Coach. Okay. So, du hast, glaube ich, keine Informationen für mich. Wahrscheinlich da hinten am PC habe ich irgendwo... Was ist das? Das von hier? Oh, was ist das denn? Ja, ich glaube, wir haben den Code. Warum haben wir das Gefühl, dass wir einfach in den Backen eines Vans geraten wurden? Was ist das denn? 7755. Hm. Wer war das? So. Das Tor hat sich geöffnet. Tja, das Problem ist, wer hat uns das jetzt gerade hier ermöglicht? Ich ahne Fürchterliches. Was ist denn da oben noch? Weitergeleitete Nachricht. J. Strohmeier. Adam Golowski hat den Befehl erhalten, so schnell wie möglich zu Täter zu kommen. Dringend. Gask, ich habe versucht herauszufinden, was das alles soll, aber sie wollten mir nichts sagen. Sie haben mich lediglich gefragt, ob du vermisst würdest oder tot seist. Irgendwas muss sie zum Ausflippen gebracht haben. Ich glaube, du solltest besser ihren Befehlen folgen. Herbie. Hm. Ist hier noch was? Nö. Dann gehen wir mal wieder runter. Wir nehmen den offiziellen Weg. Ich hoffe, der Typ, vor dem wir geflüchtet sind, das Wesen, wartet jetzt da draußen nicht auf uns. So, müssen wir jetzt wieder fluten hier, oder? Füllen. Luft anhalten. Und ab geht's. Oh, da ist wieder unser Freund. Hi. Alles gut bei dir? Hm? Du siehst aber nett aus. Wir gehen jetzt mal nach Omikron. Oh, nicht gegen die Laterne laufen hier. Oh, das sieht nicht gerade einladend aus. Oh je. Hey, come on! Open up! What is this shit? Are we for the apocalypse? Omikron is in quarantine. This is why they didn't answer our call. Hello! Cry Straske. It's called a radio. They're not gonna hear you better if you scream. Jonesy? You okay? Look, I know you're the strong silent type, but I need you to say something every now and then, so I know you're all right. Jonesy? Jones? Open up! Fuck's sake. Let's try the annex again. Maybe we can break it. We're losing Jonesy. We need to get her inside. Oh, get her live! Alvaro, there's nothing we can do for her right now. Hit the stasis switch and let's check the annex. Oh mein Gott. Wurde hier zum Sterben zurückgelassen. Unfassbar. Und Jonesy ist doch der Name der Katze von Funfact von Alan Ripley aus Alien, oder? Jonesy. Das war doch die Katze. Hier, Kitty, 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 Kitty. Zack, kam das Alien von oben und hat ihn geschnappt. Naja. Das wünschen wir uns natürlich nicht. Okay. Mechanische Fehlfunktion. Bitte anderen Eingang. Och, nö. Shuttle-Tunnel. Abyss. Abyss, da müssen wir runter, ne? Omikron. Wo ist der andere Eingang? Ah, okay. Da hinten. Wir sind vermutlich... Ich wollte gerade darauf zeigen. Kann ich hier mit der Maus? Nein, kann ich nicht. Aber der untere blaue Punkt, da sind wir gerade reingegangen. Und wir müssen halt zu dem anderen Punkt. Ja. Na gut. Darum geht's natürlich nicht. Dann müssen wir hier lang. Was für dicke, fette Kabel das sind. Die haben bestimmt gutes Internet. Nicht so wie ich. Vertrauens... Vertrauenserweckende Brücke hier. Boah, da fallen wir doch bestimmt runter. Ich sehe das jetzt schon kommen. Das ist keine stabile... Boah, das ist so dunkel da unten, ne? Ja, 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 ich wusste es. Das ist keine stabile Konstruktion. Das wäre besser der richtige Weg. Oh, da hinten... Oh, da gefällt es schon auseinander. Schnell weg hier. Ich renne. Ist mir egal. Ist eh ein One-Way-Ticket. Toller Seiteneingang. Woher kommt jetzt wieder dieses... Diese Statik? Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Wer hat uns hier reingelassen? War es Vivao? Kann ich jetzt? Das ist doch ein Anzug. Können wir den nicht nehmen? Boah, was ist denn hier passiert? Irgendwo... Wo ist denn der Kopf? Und wo ist der Kopf? Was haben wir hier? Containment und... Irgendwas anderes. Okay, hier ist eine Treppe. Und hier ist... Globaler Lockdown aktiv. Noteingriff bei Tauchraumkonsole. Oh, das sieht ja... Sehr schön aus. Equipment... Und... Die schwarze Suppe. Südliche Halle. Südliche Halle. Gibt es auch nicht rein. Oh, hell 9000. Hallo? Wer bist du? Wer bist du? Hm. Ist es, weil der Kopf nicht mehr da ist? Okay, ist nicht lustig. Ist nicht lustig. Ich weiß. Aber das ist Galgenhumor. Ich will da jetzt... Ich will da jetzt nicht rauf. Oh mein Gott. Was ist das? Nicht einladend. Überhaupt nicht einladend. Zu Hydro... Hydro... Phonics. Und hier ist... Containment F1. Was ist das? Das ist... Südlicher Treppenaufgang. Südliches Treppenhaus. Und du... Du siehst... Nicht mehr so lebend aus. Das macht mir ein bisschen Angst. Bleib schön da hinten, okay?